die Ernte eine Erkrankung sein. Sie wird aus Schwäche und Verfall bestehen. Die Frage ist, was denken wir? Was schaffen wir? Wie wird unsere Ernte aussehen? Wenn es um körperliche Zustände geht, wird uns das Gesetz der Visualisierung helfen. Schaffen Sie sich geistig ein Bild davon, wie körperliche Vollkommenheit aussehen könnte. Dann halten Sie es so lange im Geist, bis das Bewusstsein es aufgesogen hat. Viele Menschen haben mit Hilfe dieser Methode innerhalb weniger Wochen chronische Beschwerden gelindert. Alltägliche körperliche Befindlichkeitsstörungen können sogar nach wenigen Tagen, ja Minuten zum Besseren beeinflusst werden. Über das Gesetz der Schwingung übt der Geist Kontrolle über den Körper aus. Wir wissen, dass jede geistige Tätigkeit eine bestimmte Schwingung ergibt. Auch Form ist ja letztlich Bewegung, eine bestimmte Frequenz. Daher verändert eine Schwingung unmittelbar jedes Atom im Körper. Alle lebenden Zellen werden von ihr berührt. Die Zellchemie wird verändert. Jedes Element im Universum ist, was es ist, nur durch seine Schwingung. Ändern sie seine Frequenz und sie verändern damit seine Natur, Qualität und Form. Die gesamte Bandbreite natürlicher Phänomene, ob nun sichtbarer oder unsichtbarer Natur, ist in stetem Wandel begriffen, der durch Änderungen der Frequenz ausgelöst wird. Da der Gedanke ebenfalls eine Schwingung ist, sind wir in der Lage, diese Kraft für uns zu nutzen. Wir können die Frequenz verändern und so jeden beliebigen Zustand herbeiführen, den wir uns für unseren Körper wünschen. Schließlich setzen wir diese Kraft in jeder Sekunde ein. Meist geschieht das allerdings unbewusst. Daher schaffen wir so häufig unerwünschte Resultate. Wir müssen also lernen, diese Kraft auf intelligente Weise zu nutzen, sodass wir das erhalten, was wir wollen. Das sollte uns weiter keine Schwierigkeiten bereiten, denn wir alle haben genug Erfahrung, um zu wissen, was im Körper angenehme Gefühle auslöst. Und wir wissen, was unangenehme Empfindungen hervorruft. Wir müssen uns also nur auf unsere eigenen Erfahrungen verlassen. Wenn wir unser Denken auf eine höhere Stufe gebracht haben, wenn wir auf Fortschritt, Aufbau, Mut, Güte, Großzügigkeit und andere positive Qualitäten ausgerichtete Gedanken pflegen, dann lösen wir damit Schwingungen aus, die ganz bestimmte Resultate zeitigen werden. Ist unser Denken aber erfüllt von Neid, Hass, Eifersucht, Kritik und anderen Formen der Disharmonie, so regen wir ebenfalls bestimmte Frequenzen an, doch mit völlig anders gearteten Ergebnissen. Jede Schwingung kristallisiert sich letztlich zur konkreten Form aus. Im ersten Fall bringt sie geistige, ethische und körperliche Gesundheit mit sich. Im zweiten führt sie zu Zwietracht, Disharmonie und Krankheit. Das ist ein Einblick in die Macht, die der Geist über den Organismus besitzt. Der Einfluss des objektiven Geistes auf den Körper ist leicht erkennbar. Jemand sagt etwas Witziges zu ihnen und sie fangen an zu lachen. Vielleicht gerät dabei ihr ganzer Körper in Schwingung. Der Gedanke hat also Einfluss auf ihre Muskeln. Dann erzählt ihnen jemand eine schlimme Geschichte und sie empfinden Mitgefühl. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Der Gedanke hat also Einfluss auf die Tränendrüsen und natürlich auch auf andere Sekretionsmechanismen. Wenn jemand etwas Beleidigendes zu ihnen sagt, schießt ihnen vor Zorn das Blut in den Kopf. Doch da diese Reaktionen auf den Einfluss des objektiven Geistes zurückgehen, sind die Auswirkungen kurzlebig. Sie vergehen schnell und die Situation normalisiert sich bald wieder. Wie unterscheidet sich der Einfluss, den das Unbewusste auf den Körper ausübt, von dem des bewussten Geistes. Angenommen, sie verletzen sich. Sofort beginnen Abertausende von Zellen an der Wundheilung zu arbeiten. Nach wenigen Tagen oder Wochen haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Wenn sie sich ein Bein brechen, kann kein Chirurg der Welt diesen Bruch heilen. Mit heilen meine ich nicht das Zusammenführen der Bruchstücke durch mechanische Mittel wie Nägel und so weiter. Er kann ihr Bein zwar einrichten. Doch dann muss der subjektive Geist mit der Arbeit des Zusammenwachsens beginnen. Bald ist der Knochen wieder so fest und tragfähig wie zuvor. Wenn sie Gift schlucken, wird der subjektive Geist sofort alles unternehmen, um es aus dem System zu entfernen. Haben sie sich eine gefährliche Infektion zugezogen, wird der unbewusste Geist um das betroffene Gebiet einen Schutzwall ziehen und sie mit Hilfe der weißen Blutkörperchen beseitigen. Diese vom unbewussten gesteuerten Vorgänge laufen ohne unser Zutun ab. Meist wissen wir nicht einmal genau, was passiert. Solange wir nicht eingreifen, ist das Ergebnis perfekt. Da die Millionen von Reparaturzellen intelligent sind und auf unsere Gedanken reagieren, legen wir sie leider häufig lahm, indem wir uns von Angst, Zweifel oder Sorge beherrschen lassen. Die Zellen sind wie eine Armee von fleißigen Arbeitern jederzeit bereit, ein wichtiges Stück ihrer Aufgabe zu erledigen. Doch immer, wenn sie ans Werk gehen wollen, rufen wir einen Streik aus oder ändern unsere Pläne. Dies geht so lange, bis sie schließlich ihren Tatendrang verlieren und aufgeben. Der Weg zur Gesundheit liegt in der richtigen Anwendung des Schwingungsgesetzes. Dies ist die Grundlage aller Wissenschaften. Das Gesetz wird vom Geist in Gang gesetzt, von der inneren Welt also. Es geht dabei um Übung und persönliche Anstrengung. Unsere Macht liegt in unserem Innenleben. Wenn wir klug sind, verschwenden wir weder Zeit noch Mühe darauf, uns mit den Wirkungen in der Außenwelt auseinanderzusetzen. Diese sind nur Reflex dessen, was intern geschieht. Die Ursache liegt im Innenleben. Wenn wir die Ursache ändern, ändert sich auch die Wirkung. Jede Zelle in unserem Körper verfügt über Intelligenz und wird auf unsere Vorgaben reagieren. Die Zellen sind schöpferisch. Sie werden sich nach dem Muster ordnen, das sie bestimmen. Wenn wir also den subjektiven Geist mit Bildern der Vollkommenheit füttern, schaffen die schöpferischen Energien uns einen vollkommenen Körper. Gehirnzellen funktionieren ganz genauso. Welche Qualität unser Gehirn aufweist, hängt letztlich von unserer geistigen Einstellung ab. Wenn wir also den subjektiven Geist mit ungesunden Einstellungen füttern, wird er diese an den Körper weitergeben. Wünschen wir, dass unser Körper Gesundheit, Kraft und Vitalität besitzt, dann muss dies deshalb unser vorherrschender Gedanke sein. Wir wissen, dass jedes Element des menschlichen Körpers von einer bestimmten Schwingung hervorgebracht wird. Wir wissen auch, dass jede geistige Aktivität Schwingung ist. Höhere Frequenzen überlagern die niedrigeren, verändern oder neutralisieren sie. Die Vibration wird von den jeweiligen Gehirnzellen gesteuert. Wir aber wissen, wie wir diese Zellen schaffen können. Daher wissen wir auch, wie wir jede gewünschte Veränderung im Körper bewerkstelligen können. Wir haben also bislang ein ziemlich klares Bild von den Kräften des Geistes entwickelt, was bedeutet, dass wir um die Grenzenlosigkeit wissen, die unsere Fähigkeit ausmacht, in Einklang mit den allmächtigen Naturgesetzen zu leben. Dass der Geist den Körper kontrolliert, ist eine Tatsache, die mittlerweile kein großes Erstaunen mehr auslöst. Viele Ärzte richten ihr Augenmerk schon ganz bewusst auf diese Zusammenhänge. Dr. Orbert T. Schofield, der verschiedene wichtige Bücher zu diesem Thema verfasst hat, schrieb, Im Allgemeinen wird die Möglichkeit der geistigen Heilung in der Medizin noch immer vernachlässigt. In unseren Physiologie-Seminaren hört man nichts über die zentrale Lenkungskraft, die den Körper zu seinem Besten steuert. Und von der Macht des Geistes über den Körper ebenso wenig. Zweifelsohne behandeln viele Ärzte Nervenkrankheiten funktionalen Ursprungsgut. Wir wenden uns nur gegen die Tatsache, dass dieses Wissen nicht an der Universität gelehrt wird. Es handelt sich hier um rein intuitives, praktisch erworbenes Wissen. Das sollte geändert werden. Die Macht der geistigen Therapie sollte an jeder Universität zum Gegenstand eingehender Forschung und wissenschaftlicher Lehre werden. Wir könnten an dieser Stelle auch das Thema der falschen oder gar nicht erst erfolgten Behandlung aufgreifen und seine katastrophalen Folgen beschreiben. Doch dies wäre eine Sisyphus-Arbeit, die wir hier nicht zu leisten vermögen. Natürlich wissen einige Patienten sehr gut, wie sie zur eigenen Genesung beitragen können. Doch was der Patient wirklich für sich tun und welche Kräfte er in Bewegung setzen kann, ist immer noch nicht geklärt. Wir glauben jedenfalls, dass die Möglichkeiten weit größer sind, als im Augenblick allgemein angenommen wird und darüber hinaus früher oder später breitere Anwendung finden werden. Mit Hilfe geistiger Methoden kann der Patient lernen, geistige Übererregung abzustellen. Er kann lernen, Gefühle der Freude, Hoffnung, Liebe und Zuversicht zu entwickeln, seine Motivation zu verbessern, regelmäßig geistige Übungen durchzuführen und seine Gedanken von der Erkrankung abzuziehen. Ihre Übung in diesem Kapitel besteht darin, über folgende wunderschöne Zeilen des Dichters Alfred Tennyson nachzudenken. Sprich zu ihm, du, denn er wird hören, sodass Geist mit Geist sich vereint. Näher ist er denn dein Atem und näher als deine Hände und Füße. Machen Sie sich eines klar, wenn Sie zu ihm sprechen, stehen Sie in Verbindung mit der Allmacht. Die Erkenntnis und Anerkennung dieser allmächtigen Kraft wird bald jede Form von Krankheit oder Leid zerstören und dafür Harmonie und Vollkommenheit einkehren lassen. Und was ist mit all jenen, die behaupten, Krankheiten und Leid seien Gott gesandt? Dann würde jeder Arzt, jeder Sanitäter, jede Krankenpflegerin Gottes Willen entgegenwirken. Krankenhäuser und Arztpraxen wären Orte der Rebellion, nicht Orte der Gnade. Allein die Absurdität dieser Vorstellung lässt schon erkennen, wie unsinnig ein solcher Gedanke ist. Und doch gibt es nicht wenige Menschen, die ihm anhängen. Dann denken Sie einige Minuten lang darüber nach, dass man bis vor kurzem glaubte, Gott selbst habe seine Geschöpfe als Sünder erschaffen und strafe sie mit Fegefeuer und Hölle. Die Unwissenheit, die hinter dieser Vorstellung letztlich steckt, zeigt sich schon darin, dass das Ergebnis solch göttlichen Tuns Furcht wäre und nicht Liebe. Nach zwei Jahrtausenden derartiger Propaganda ist die Technologie im Moment in erster Linie damit beschäftigt, sich bei der Christenheit zu entschuldigen. Danach wird Ihnen die Vorstellung vom idealen Menschen leichter fallen, von einem Menschen, der tatsächlich nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und Sie werden problemloser akzeptieren können, dass der Geist alles hervorbringt, formt, erhält und schafft. Alle Phänomene sind nur Teile des wunderbaren Ganzen, dessen Körper die Natur, dessen Seele aber Gott ist. Die Gelegenheit folgt der Wahrnehmung auf dem Fuße. Die Inspiration geht dem Handeln voraus, das Wissen dem Wachstum, stetiger Fortschritt der letztendlichen Überlegenheit. Zuerst kommt immer der spirituelle Part, dann die Wandlung ins Unendliche und schliesslich erscheinen die zahllosen Möglichkeiten seiner Verwirklichung. Kurz gefasst Wie lässt sich Krankheit beseitigen? Indem wir in Einklang mit dem allmächtigen Naturgesetz leben. Wie geht dies vor sich? Wir erkennen, dass der Mensch ein spirituelles Wesen ist und dass sein Geist also vollkommen sein muss. Wie sieht das Ergebnis aus? Die bewusste Anerkennung seiner Vollkommenheit, zuerst auf intellektueller, dann auch auf emotionaler Ebene, führt zur Manifestation derselben. Warum ist das so? Weil der Gedanke geistiger Natur und daher schöpferisch ist.